So, hier ist eine Medizinfrau. Ich weiß nicht, ob es ein altes oder eine junge. Hört sich etwas älter an. Ist aber eine junge. Ähm, meine Dienste sind nicht billig. Ja klar, ich bin Söldnerin. Das hat sich komisch angehört. Die uralte Perle ist ziemlich weitläufig. Wo genau sind deine Werkzeuge? In der Klinik der Frieserfestung. Wo genau an der Liebesbucht soll ich suchen? Beim Haus des Anführers in Mytilene. Im Nordosten. Ich komme mit deinen Sachen zurück. Je eher du kommst, desto schneller kann ich den Arbeitern helfen. Ich muss die alte Klinik oder das alte Arbeitszimmer von ihr wahrscheinlich überfallen. Ja, wir suchen und sagen, wir machen. Sie arbeiten da wahrscheinlich nicht mehr. Ist jetzt hier ehrenamtlich auf ihrem Dorf tätig. Das hat sie nicht mal gehört. Wir sind schon lange weg. Macht das Sinn, das anzuprobieren zu visieren? Ja, macht sehr viel Sinn. Perfekt. Ich muss die Kultisten v-pillen. Das wird in ihrem Schloss sein. Dann macht es auch Sinn, warum sie dann nicht mehr ist. Level 51, easy. Das wäre so nice, wenn ich jetzt drei drücken würde und da hinten auch mein Ziel dashen würde. Das wäre Hammer. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das Haus des Anführers? Was ist das? der kult ist wie geil aus versehen aus versehen den kultisten gedübt ist ein über weniger leise 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 mega mega ich muss es gleich machen ja ich öffne gleich das gute menü aber ich mache den ort kurz fertig ich muss ja da rein ohnehin ich habe gelernt wie die tür mitzunehmen in der etage zu suchen ein schatz und drei schätze scheiße ich hasse den schutz suchen was auch noch blind hier war aber nicht gerne so da geht es in der etage höher hier ist im berg nicht gesehen was habe ich aufgehört irgendwas zu spielen sie meinte das werkzeug wäre in der frieser festung zwei schätze ich weiß natürlich nicht wie groß das anwesend ist was alles dazu gehört das müsste ich dann vielleicht doch auch sehr hohe perspektive sehen ja besser ist das hier gehört auch noch dazu wahrscheinlich das so ein schatz dann habe ich alle und einmal kriegs vorrente bitte jetzt hier wahrscheinlich okay es ist der schatz draußen im hoch sind noch okay was er gedrückt ich wollte t das sollte sparta einen vorteil verschaffen so aus das antwort schon fertig ich werde das tun fährt 150 meter nämlich wird ja alles andere ignorieren das dinge mitnehmen das rettet stunden ist der tempel da und das auch in der kraft aber das sind auch die schlachten das ist gut ja mit der burgmauer da hätte ich so zugewachsen das jahr das die schlacht und noch ein adler und noch zwei quests die rache des wolfs und totentuch des bären ok hört sich so an als würden die beide so ein bisschen gegen einander sein normal schwer wir machen schwerer es gibt mehr beute hoch ich komme gleich ich muss nur hier eben die schlacht machen hier passen die wachen sicher gut auf hier passen die wachen sicher gut auf hier passen die wachen sicher gut auf hier würde ich auch mitnehmen hier der ist ja kap ich schlacht wird im meer sein ich muss den körper zu holen dass ich durchreisen kann enthüllen oder was ja cool danke ich bin gleich da bin gleich da im moment mach schon mal die schiffe ready eine fetus klippe ich bin überhaupt so gut ausgeglichen sie wollte schon wieder hoch ja mit einem fuß im wasser ist immer gut oder in der luft nicht im wasser das wäre ein bisschen komisch ich sehe eine klippe game ist jetzt nicht so der oberhammer tipp du bist tipp ich bin eigentlich soweit ja wir sind dabei entfesseln wir poseidons zorn und den unseren er ist bestimmt so und ich finde leute ganz etwas machen was man gar nicht möchte in seinem namen mit dem vorstelle so ich bin groß ich muss blau wie mache ich das am besten so dass das main schiff da vorne ich nehme das mal vor nein 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 das hat nicht in mich rein wow okay okay ich gehe das da rein war einfach Das ist doch so. Oh, wir segeln so schnell es geht! Hier so machen wir, da komme ich auch mal rein. He he. So jetzt. Look down, look down. Wir sind weg. So jetzt auch gleich. Oh, nur er drücken wir viel Späne. Oh, das war meins. Sorry, sorry, ich habe nicht geschossen. Oh, hier ist so ein blauer. Hä, was passiert hier? Wieso werde ich weggetrieben? Ich habe mein eigenes Gefühl, ich habe gerade. So, da bin ich durch. Im Warten des Wortes. Zweimal. So, da bin ich. So. 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 Hier bin ich. Nö. Ja, ich fürchte niemanden. Wir alle fürchten uns vor etwas. Ich fürchte niemanden. Ach, ich rede doch nicht von einer Person. Ich rede von den gefährlichsten und unberechenbarsten Kreaturen. Bären. Was willst du mit ihnen? Ich brauche Fälle für Brustpanzer. Die besten gibt es auf der Insel Chios, nördlich der Stadt Chios. Ich mache dir auch einen, wenn du sie mir besorgst. Du machst also eine richtig beschissene Ausrüstung dafür, dass ich richtig viel Mühe in die Quest investiere. Ich kann dir welche besorgen. Ausgezeichnet. Wenn du überlebst, belohne ich dich mit dem besten Brustschutz, der je angefertigt wurde. Diese Bären, wo halten sie sich auf? Im Jagdwald der Artemis, nördlich der Stadt Chios. Ich glaube, du könntest den ganzen Tag über Bären reden. Ich komme mit den Fällen zurück. Beeil dich. Ich habe zahlende Kunden, die auf Brustpanzer aus genau diesen Fällen warten. Ich muss nach Chios segeln, um die Bärenfälle zu holen. Ja, er hatte eine Antwortmöglichkeit, beziehungsweise eine optionale Antwortmöglichkeit. Und er kriegt direkt so einen Konter. Meine Güte, du könntest gerade über Bären reden. Ja, ist klar. Was stand denn da auf der Quest? Es gab keinen Marker. Die sind ja einfach im Wald, würde ich sagen. Ja, ne, die besten Bärenfälle stammen von der Insel im Süden von Lesbos. Okay, ich guck mal, wo ich hier bin. Passt da ja nie so auf oder vergesst es recht schnell. Oh, ernsthaft? Ich sammle die irgendwann. Ja, die Quest eilt jetzt nicht. Die nimmt man mit. Ja, irgendwann gibt man die dann hier ab. Ja. Gut. Dann das hier. Ach, ihr das wollt. Wahrscheinlich ist das hier irgendwie... Keine Ahnung. Sein Lager oder so. Ach, guck mal, ein Schmied. Vielleicht hat er das Kind für mich. Nur... Gar nichts. Ja, jetzt helf ich dir. Mein Mann ist zu spät. Nein, vermisst. Er und ein Freund haben einen riesigen Wolf südlich von Mytilene verfolgt. Sie wollen sein Fell. Ist das denn schon 48 Stunden her? Es geht ihm bestimmt gut. Du sagtest selbst, er wäre nur spät dran. Mach dir keine Sorgen. Aber vielleicht wird er jetzt gerade von einem wilden Tier gefressen. Wenn du meinst. Kann ich dich anheuern, um meinen Mann zu finden und den Riesenwolf zu töten? Warum sollte ich den Wolf töten? Ich kann doch einfach die beiden Männer zurückbringen. Wenn du es nicht tust, setzen die beiden Idioten ihre Jagd fort. Ich will, dass dieser Albtraum aufhört. Und ich gebe dir den Helm meines Mannes als Bezahlung. Sehr gut. Ich finde deinen Mann und töte den großen Wolf ein für allemal. Hab Dank, Söldnerin. Kann ich irgendetwas tun, um zu helfen? Erzähl mir alles, was du weißt. Warum glaubst du, dass das kein gewöhnlicher Wolf ist? Mein Mann sagte, er sei doppelt so groß wie alle anderen. Ist das vielleicht dieser Leuchtende, links auf der Insel? Wohin im Süden von Mytilene hat er den Wolf verfolgt? Auch im Süden. Nach Südwesten in die Berge. Dort hat er bei einem Schrein sein Lager aufgeschlagen. Ich finde deinen Mann und seinen Freund. Und den Wolf werde ich töten. Möge Artemis deine Pfeile lenken. Vielen Dank. Ich werde aber keine Pfeile benutzen. Oh. Ja, okay. Lohnt sich nicht zu reisen. Scheiß Lade Screen. Glaubt so lange. Gehen wir einmal hoch. Das muss der Schrein sein, von dem die Frau sprach. Holy shit. Das war sehr effizient. Also das, äh... Nee, 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 nee. Da war ein Lecker drin. Kack nicht wieder abspielen. Ich weiß nicht, was los ist. 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 die männer waren hier hier war noch was nummer eins vom wolf gerissen ich frage mich ob das der ehemann ist ja was muss den anderen mann fortgezerrt haben vielleicht dann eine höhle was soll es sonst sein das ist jetzt immer so sagt das sind bestimmt die berge in die die jäger dem wolf folgten die jäger muss die drei finden bevor man muss auch wieder verkauft interagieren er ist groß doch wenn er tot ist was hat die männer getötet ja sagen welche kranken säure hier noch aktiv licht kommt und stehen bleiben dass das licht einem folgen kann eine frau schickt mich um einen wolf zu töten und ihren mann und seinen freund zu retten ich bin der freund ihr mann er ist tot wir erlegten einen wolf doch es war ein trächtiges weibchen ein furchtbarer fehler wir wussten nicht was ist da unten wir haben die wölfe gehäutet dann hörten wir ein furchtbares heulen es war das männchen er zerriss meinen freund und schleppte mich hierher erwartet er will die rache du musst ihn töten sonst sterben wir du hast dieses schicksal verdient ja er war nur jagen ne wolf zeit fürs abendessen ich habe einen auftrag zu erfüllen ja ich habe auch zu erfüllen ich bin nicht hier um zu richten ich komme um einen wolf zu töten warte hier oh danke danke früher hat man halt wölfe gejagt was passiert mit dem ich habe beide erwischt die leiche und den wolf riesenballs feld ihre zur frau zurück ist hier und noch was nena aber schutz uhr wir wollen den ganzen ort abgeschlossen mega das andere hier sollte ich reisen können wenn das war hier bitte das ist jetzt mit dem freund ich weiß nicht wer da jetzt noch lag ob es ein anderer war oder ist denn der freund war aber der kann ja nicht gestorben sein stand der vor dem aber keine ahnung es gibt die fest aber nur wenn ich wissen so komponieren infos hallo hallo brauche ich bin wieder da mein mann ist noch nicht zurück bitte sagt mir dass er bald kommt ein ehemann ist tot doch ich habe den wolf erlegt und ihr sein film mitgebracht es wird dich trösten dass sein tod gerecht wurde trösten gerecht mein mann ist tot nichts wird das jemals ändern nimm seinen helm und gehen kann ich auch nichts führen da machst du nichts und schnell weg da bin ich hinterher es Ja.